Also hast du Cedric heute schon mal gesehen? Cedric heute? Nee. Hast du ihn schon mal irgendwann diese Woche gesehen? Ich glaube nicht, also länger nicht mehr gesehen. Meinst du, er kommt noch mal irgendwann rein? Keine Ahnung. Ruf ihn doch einfach mal an. Wo ist denn Cedric jetzt hin? Der ist weg, im Termin außer Haus. Kommt noch nicht mehr rein heute. Ich habe jetzt eigentlich einen Termin mit ihm zu einer Neuanfrage, wo wir morgen Feedback geben müssen. Du, bei mir meldet er sich seit Stunden nicht. Also... Mann! Ich kann versuchen, dir noch einen Tag an die Woche dran zu hängen. Ja, also das Problem ist eigentlich das, dass der gute Cedric immer bei Kunden rumhängt, was ja auch wichtig ist. Aber wenn wir dann zum Beispiel mal irgendeine Entscheidung brauchen, ein Feedback brauchen, auf ein Konzept oder sowas, dann ist es manchmal sehr schwer, das zu kriegen. Und ja, kurz gesagt, ist das eigentlich das Problem. Irgendwie. Auf eine Art. Cedric? Keine Ahnung. Guck mal in der Kreation, da ist er eh die meiste Zeit. Sagt er gute Idee und haut einfach ab. Sollen damit anfangen. Sagt er gut. 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 Sagt er gut.